Die französische Judo-Olympiasiegerin Margot Pinot wirft ihrem Trainer und Lebensgefährten Alain Schmidt vor, sie schwer misshandelt zu haben. Auf einer Pressekonferenz sagte die von Gesichtsverletzungen gezeichnete 27-Jährige, Schmidt, früher selbst Weltklasse-Judoka, habe während einer Auseinandersetzung in der Wohnung des Paares versucht, sie zu töten. Schmidt, der vorläufig festgenommen wurde, weist den Vorwurf zurück. Er lügt. Er versucht weiterhin, mich als hysterische Frau darzustellen. Es waren Faustschläge, mein Kopf wurde auf den Boden geschlagen und er hat mich gewürgt. Seit Jahren haben wir eine Beziehung, die ein wenig besonders ist, um es freundlich zu sagen. Ich habe sie mehrmals aufgefordert, den Verein zu verlassen. Sie sagte mir, warum gehst du nicht? Irgendwann muss jemand eine Entscheidung treffen und ich bin der Trainer. Der ebenfalls Gesichtsverletzungen aufweisende 38-Jährige sagte, es sei zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin zum Kampf gekommen, dass sie nicht wollte, dass er sein neues Amt als Nationaltrainer von Israel antrete. Der israelische Verband hat inzwischen von einer Verpflichtung des Franzosen Abstand genommen.